Hei, mein Führer. Sie suchen also an, Berlin zu verlassen? Mein Führer, wie Sie wissen, sind alle ärztlichen Administrationen und Verbände, die der SS und Himmler unterstellt sind, inzwischen aus Berlin abgezogen. Himmler ist eine Verrätung. Er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Mein Führer, als Reichsarzt SS gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Ihr Anzug in Berlin zu verlassen ist ganz und gar unakzeptabel. Meine Familie, falls die Russen mich, ich muss hier weg. Sie haben nichts Unreichtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Wir sprechen ein andermal darüber. Was soll das heißen? Sie können Felgelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Verrätung! 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 Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Jetzt suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen. Sofort. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Fegelein!